Willkommen zu Essence Crank. Ich hörte, ihr erkundigt euch nach Siebrand. Karam hat etwas herausgefunden, das euch bestimmt interessiert. Ihr solltet ihn suchen, wenn ihr es haben wollt. Ne, ich will es nicht haben. Okay, suchen. Na dann suchen wir doch mal. Oh, schade, nichts gefunden. Püh, 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 püh. Wo soll denn der Kerl sein, den ich suchen soll? Oh, verdammt. Warte, warte. Oh man, du sollst dich da drauf. Bist du denn inkompetent oder so? Oh, dann geh ich halt runter. Ich wollte eigentlich über die Dächer weiter landen, aber... Hm, irgendwo da. Eigentlich nicht schlecht, als ob ein Bild auf die Karte zu werfen, wo der Kerl ist. Hm, 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 hm. Ja, die Lichtung sieht schon gut aus. So, da irgendwo auf dem Dach wird der Kerl stehen. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Hören Sie die Karte! Boah, ja, das ist für nur. Kann ich mit dem Kerl... Ich glaube, ich kann nicht mehr mit dem Kerl reden, während ich gejagt werde, oder? Verdammte Penner! Hö, achso, da ist ne Leiter. Ich dachte... Oh, das wird er werden da hoch. Nein, der erlaubt, der Bieter, die Neinhardt, hier entziert. Macht den verdammten Weg, lasst den nächsten Teilen! Okay, irgendwie, warte. Kann ich mit dem Kerl reden, irgendwie... ...kann das nicht funktionieren. Dach, okay, ähm, irgendwie... ...die Kerl in 10 Sekunden loswerden, das kann nicht funktionieren. Versuche es, Junge! Try it, try it! Try it! Oh, mein Gott! Leg dich lieber hin! Oh, shit, you! Oh, man, warum? Oh, ich seh mit dem Baum hier nichts. Nein! Nichts! Du! Ah? Die Rache Gottes! Ah! Sagt der Typ... ...warte... ...warte... Ah, das waren seine letzten Worte. Zack. Zack. Bisschen mit dem Dolch hier kämpfen. Ah, zack, zack. Oh! Sehr schön. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Zweimal zugestimmt. Sehr schön. Wie der Summen wirbelt. Ah, ja, ja, ja. So, nächstes Mal bitte ohne Templer-Horde, die mir nachrennt. Man, man, jetzt muss ich mich auch noch verstecken. Was soll denn der Scheiß? Ja. Ich hab alle... Muss ich mich umbring... Äh, verarschen? Wer kommt denn da jetzt noch? Niemand sieht mich. Verarsch mich doch nicht. Okay. Ähm... So, jetzt ist der Tod? Wahrscheinlich. Oh, ich hab grad einen Dolch weggeworfen. Oder er sieht mich. Ich weiß es nicht. Ja, aber... Aber fick dich. Dann bin ich zu dem Ding. Hopp. Ja, fuuuh. Wer zur Hölle sieht mich denn? Da ist fucking niemand. Außer dem da. Na toll, ich zache nicht. Dann den da. Ich muss weg von dem Kerl da unten. Okay. Das war tatsächlich der Kerl in der Wand, der mich sieht. Ja. Whatever. Dann kletter ich auf den nächsten Turm da jetzt. Wenn es aufhört. Okay. Ich hab schon fünf Dolch hier geworfen. Ich glaube, ich muss mal einen Diepe, einen Gangster bestellen. Oh, verdammt was Hölle ist das denn für den Turm? Man fällt anzuklässe und so, und ist oben. Toll. Toll. Ah, falsch das so. Oder zu früh, nicht falsch das, sondern eine Sekunde zu früh. Ach, hinten ist das Meer. Uh, wir sind bei dem, in dem Stadtteil, wo das Meer ist, daneben. Das heißt, ich werde gleich auf dem Schiff springen. Hopp. Ist das ein Gangster? Einer von euch beiden? Ist das ein Messer dabei? Ja, vom Kreis zu laufen. Ich will deine Messer. Verdammte Kerl. Ah, whatever. Vielleicht sind das keine Gangster. Ich finde, die sehen so aus. Sie haben zumindest so Taschen, dass sie für Messer sein könnten. So. Achso, ich sehe, ich hab jetzt zum Beispiel so eine Assassinen-Mission da links. Der sollte eigentlich nicht so weit weg sein. Den deutschen Orden. Ähm, hier ist eine Leiter. Ja, der Kerl könnte auch auf dem Dach stehen. Das ist eine Assassine. Wohl, diese Assassinen meistens eher unten stehen. Ähm, ist der hier irgendwo? Arm, krank und what? Naja, egal. Ach, hungrig, hat sie gesagt. Ich bin arm, krank und hungrig. Ah, da bist du ja. Haben sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Ach, vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen? Mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Was ist das denn für ein Idiot? Das soll eine Assassine sein? Mann, 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 Mann. Wir nehmen heute auch minder Wette die Ware auf. Soll ich dir ein Messer in die Kehle rammen? Ey, du willst echt ein Messer in der Kehle haben? Oh, verdammt nochmal. Verpissst euch doch. Der Kerl da. Und du gleich auch. Verdammte Scheiße, ping mich nicht an. Mein Gott, dass ihr zwischen diesen Penalz rumlaufen müsst. Ich war es nicht. Boah, diese Templerhorn da. Ich hasse euch. Und dein Gesicht auch. Boah, da ist der Nächste. Welcher von beiden? Ähm. Eher der Kerl da. Oh, oh, oh. Was hätte ich ihn angesampelt? Irgendwie sind das viele Leute mit wahr. Oh, Mann. Warum immer kämpfen? Warum nicht mal einfach töten, ohne zu campen? Seid doch alle sofort weg. Ihr wurdet sowieso nicht zum Campen gemacht. Was für eine hässliche Sprachschlüsse denn da. Klingt hässlich. Hahaha. Zack, meine Freunde. Erstmal eine nette, freundschaftliche Umarmung. Oh. Da hat er wohl... Irgendwo. Verdammt nochmal, kämpfen doch nicht alle gleichzeitig. Verdammt nochmal, ich hab doch... Oh mein Gott. Das war jetzt ein bisschen... Dafür... Fuck you. Ich flieh dich. So. Ähm. Jetzt muss ich nochmal zu dem Kerl. Wie nervig. Aber ich... Ach, was ist jetzt am nächsten? Wo bin ich jetzt? Ja, der Kerl ist am nächsten... Oh mein Gott, der ist so weit weg. So, der Kerl ist jetzt am nächsten. Ähm. Mann, fick dich. Warum greifen wir die mich hin an? Okay, legen wir nochmal los. Los. Oh, da ist der Erste. So. Ah, der Part endet hier. Seht.